Herzlich Willkommen zu Stuhltime. Mein Name ist Max und das ist mein Assistent Gunnar. Und heute geht es um das legendären, weltbekannte Glocker. Jeder von uns kennt das. Der Schokobus hupt, aber kann nicht losfahren. Oder anders, die Braunkopfschildkröte versteckt sich im Panzer. Oder nicht anders, der Lehmziegel kommt nicht aus dem Ofen. Oder der Schnick ist wie nicht aus der Verpackung. Egal was sie tun, es bleibt immer was in der Pipeline. Und wie immer zeigen wir euch heute, wie man das Ding baut. Boah Gunnar, du Frechtax. Oh guck mal, da ist er ja. Wie immer sehr einfach. Aber eine Sache fehlt natürlich noch. Erst reinstecken, dann Gummi drüber. Jetzt verstehe ich. Wegen Sex. Dumme Menze scheiße im 90 Grad Winkel. Falsch. Denn richtig ist es im 35 Grad Winkel. Das entspannt die Dame. Und somit kommt die Kacke viel leichter raus. Kacke. Kaufe sie den Glocker. Der Preishammer schlägt wieder zu. Denn heute gehen wir 98.8% runter mit dem Preis. Und landen bei legendären 44,95 Euro. Ist das was Gunnar? Yeah! Und hier sehen sie die einzigartigen Klocke. Aua! Die Leitung glühen. Schon zwei Arufe. Das war's für diese Woche. Scheißen Sie auch nächstes Woche wieder ein. Denn es wieder heißt Stuhltime. Auf jeden. Also Ideen. Und dring ut vom Spill. Bis zum nächsten Mal!